Hallo ihr Lieben, wer sich über die noch schlechter entspiegelte Brille wundert, das ist eine Uraltbrille, die ich habe, meine alte, also jetzt nicht mehr vorhandene, zerschlagen. Jemand hat sie kaputt gemacht und ich bin jetzt hier unterwegs mit meiner Notbrille, die über 20 Jahre alt ist, bis mir eine neue angefertigt wurde. Das dauert zwei Wochen und so lange bin ich hier unterwegs. Darum soll es aber hier nicht gehen. Worum es in dem Video geht, ist die Bedingungen, unter denen Menschen für sie schwierige Informationen aufnehmen können. Und ich muss gleich zu sagen, es ist kein How-to-Video, also kein irgendwie so macht man das oder es ist eigentlich auch, du könntest nämlich erstmal rüberkommen, kein resignatives Video. Es ist eher ein, ich würde sagen wirklich realistisches Video, es geht um die Bedingungen der Möglichkeit und resignativ ist es vielleicht nur insofern, als wir halt da oft illusorisch unterwegs sind. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Menschen Informationen einfach aufnehmen können, eben mal so, die für sie schwierig sind, ohne dass bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und hart gesagt, wenn wir wollen, dass andere Menschen aufnahmefähig sind, müssen wir halt erst diese Vorbedingungen erfüllen und das tun wir halt in der Regel häufig nicht. Und dann geht es halt schief. Häufig übrigens im Alltag merken wir das gar nicht, weil andere Menschen das kaschieren. Also, weil wir nicht die ganze Zeit Stress miteinander haben wollen, verbergen die meisten Menschen, auch wir selber, dass wir gerade nicht aufnahmefähig sind. Und so entgeht es uns allen, dass der andere gerade nicht aufnahmefähig ist. Wenn man es in eine Formel fassen will oder sehr, sehr verkürzt oder vorwegnehmend, können wir das in die Formel fassen, Menschen sind so gut wie nie leer. Und oft setzen wir es voraus, dass die anderen einfach leer sind, also aufnahmefähig sind. Und leer ist natürlich ein komischer Ausdruck dafür, aber ja, auch ein aufnahmefähiger Mensch ist nicht leer. Aber als Bild kann uns das vielleicht helfen, also wir gehen davon aus, intuitiv der andere, wir können jetzt einfach irgendwelche Informationen in den anderen reinkippen, à la Nürnberger Trichter und das ist halt so gut wie nie gegeben. Das heißt, anders gesagt, Menschen haben so gut wie immer irgendwas im Kopf oder noch besser gesagt, weil es nicht nur den Kopf betrifft oder vielleicht gar nicht in erster Linie den Kopf betrifft, sind mit was beschäftigt oder ihre Aufmerksamkeit ist gebunden und häufig auch von Dingen gebunden, die emotional geladen sind und über die wir nicht einfach weggehen können. Und wenn das natürlich auch gerade die Informationen betrifft, die wir loswerden wollen, also wenn überhaupt das, was wir dem anderen sagen wollen, bei dem anderen aus egal welchem Grund unangenehme Gefühle hervorruft, ja, also zum Beispiel Überforderung oder wie auch immer, ja, also Überforderung oder Störung, wir werden als Störung empfunden, ja, was wir jetzt dem anderen sagen wollen. Und uns ist es wahnsinnig wichtig und wir sind in so einem missionarischen Modus unterwegs und wollen jetzt jedem irgendwie das eintrichtern eben. Dann haben wir halt in der Regel ein Problem, weil der andere halt zumacht und zwar aus guten Gründen. So, das alles jetzt nur vorweggenommen habend in meiner wirren Art, was muss gegeben sein? Und das erste ist schon mal, in so Vorträgen, wie ich hier einhalte, funktioniert das nicht. Wen erreicht man über den Vortragsstil? Man erreicht Menschen, die schon offen sind und interessiert sind oder Menschen, zu denen man bereits irgendeine Form von Beziehung aufgebaut hat. Also, und das Dahinterliegende ist, dass es denjenigen im Grunde nicht stresst, das zu hören. Also, man erreicht die Leute, es ist praktisch, im Vortragstil sind wir eigentlich immer unterwegs im Modus Preaching to the Choir. Also, wir predigen vor der Gemeinde, ja, vor der bereits überzeugten, gläubigen Gemeinde predigen wir. Und das erreicht genau die Leute, die schon überzeugt sind. Und wenn wir aber jetzt Menschen erreichen wollen, die noch nicht überzeugt sind, müssen wir davon ausgehen, dass die unsere komische Predigt, unsere komische missionarische Botschaft stresst. So, das heißt, im Vortragsstil, also in solchen komischen YouTube-Videos, funktioniert das nicht. Man erreicht Leute, man erreicht die, die eh schon überzeugt sind, ja. Also, seine kleine Wir-Gruppe, die immer auch irgendwie vorhanden sind. Und so findet eben auch im Internet jeder so seine kleine Wir-Gruppe. Das ist aber sozusagen, ja, irgendwie begrenzt. Man kann es ausweiten durch gutes Marketing, gute Machart, durch Humor, ja. Wenn man dafür begabt ist, ich zum Beispiel bin begrenzt, begrenzt humoristisch veranlagt. Wenn ich Menschen sehr mag oder wenn ich sozusagen selber sehr offen bin und mich selber geborgen fühle, kann ich angeblich recht lustig sein. Aber sonst bin ich eigentlich einer dieser komischen, humorbefreiten, lehrerhaften Menschen. Also, ganz schlimm, ja. Also, ich bin mit der Ungeeignetste, ja, so von meiner Anlage her. Ja, aber gibt es schon Leute, die sind recht lustig, also einfach haben ein lustiges Naturell oder sind das halt gewohnt. Die reichen halt mehr, weil Humor macht es, es ist so ein bisschen wie früher mal die bittere Medizin, die einem halt mit Honig eingeträufelt wird. Und die bittere Medizin ist die schwierige Information und der Honig ist der Humor. Ja, so, also, sehr verkürzt. So. Also, Vorträge sind es nicht. Über Vorträge erreichen wir niemanden, der nicht schon überzeugt ist. So etwas jetzt arg verkürzt oder zugespitzt. Das Format, um Menschen zu erreichen, die schwierige Informationen aufnehmen müssen, ist letztlich das Gespräch. Und das Gespräch ist was wirklich fundamental anderes als ein Vortrag. In der Regel handelt es sich um eine kommunikative Interaktion zwischen sehr wenigen Menschen, idealerweise nur zwei. Manchmal aber auch ein paar mehr. Dann erfordert das eine gewisse eben auch Vertrautheit oder Geborgenheit oder Freundlichkeit, die inzwischen diesen Menschen gegeben sein muss. Dann ist das auch möglich in einem kleinen Kreis von Menschen. Aber in der Regel ist die ideale Konstellation zwei. Da sieht man jetzt schon ein gewisses Problem, ja. Zum Beispiel, was die Ausbreitung bestimmter Botschaften angeht. Wenn man sich das vorstellt, dass sich das über lauter Zweiergespräche, ja, fortsetzen soll, das ist dann halt sehr limitiert, ja. Also, wie viele Zweiergespräche können wir so am Tag führen? Wir haben ja auch noch andere Dinge zu tun, ne, außer jetzt Gespräche führen. Aber sozusagen, das ist halt die Minimalbedingung. Dafür können wir ja auch nichts. Also, dass wir so sind und dass das bei anderen Mitmenschen so ist und dass wir auch selber so funktionieren. Das ist halt, da geht es jetzt um die Bedingungen der Möglichkeit, die wir uns alle nicht ausgesucht haben. Also, kurz gesagt, der Mensch hat sich nicht ausgesucht, so zu sein, wie er ist. Er ist halt so. Und häufig wünschen wir uns uns selbst und unsere Mitmenschen anders. Die sind aber trotzdem nicht anders und auch wir selbst sind nicht anders, als wir halt sind. So, also das ist so. Also, Gespräch ist schon mal, Minimalbedingungen ist es ein Gespräch und kein Vortrag. Oder Missionieren oder Predigen. So, das ist schon mal das Erste. Nummer zwei ist, der andere muss einen erleben als im Gespräch, nicht prinzipiell, nicht im Allgemeinen, also das ist ein Freund, im Gespräch selber als wohlwollend im Moment der Übermittlung der schwierigen Botschaft. Und ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, wenn ich es so sage. Ich gebe mir echt Mühe. Das heißt, in dem Moment, wo wir eine schwierige Information, für den anderen schwierige Informationen vermitteln, überbringen, mit Worten, muss der andere ganz sicher sein, dass wir auf seiner Seite sind und dass uns, sein oder ihr, wohlwollen, nicht egal ist. Und jetzt wird es wieder interessant, wann ist genau der andere sicher, also akut, also aktualisiert, nicht im Allgemeinen, das ist ein Freund, das ist kein Freund, sondern in der Gesprächssituation selber, wie aktualisieren wir nochmal, wie machen wir nochmal klipp und klar sicher, dass wir ein Freund sind und in freundlicher Absicht, in wohlwollender Absicht mit dem anderen kommen. Und da machen wir häufig den Fehler, dass wir denken, wir sind ja wohlmeinend, wir haben ja gute Absichten, das muss der andere doch erkennen. Und dazu kann man ganz klar sagen, nein, muss er nicht. Und tut er auch nicht. Sondern im Moment, wo wir mit einer schwierigen Botschaft kommen, sind wir sofort in der Feindecke. Ob wir wollen oder nicht, dafür kann der andere auch nichts. Das passiert von alleine. Das ist letztlich ein psychologischer Mechanismus. Für den können wir alle nichts. Der ist in uns drin. Bei jedem von uns und jeder von uns. Vielleicht auch so ein paar so komische, heilige Weise. Die sind mir aber persönlich noch nie begegnet, aber die gibt es vielleicht, aber ich kenne die nicht. Also der normal sterbliche Mensch kann nicht anders als schwierige Botschaften, als Angriff zu empfinden. Und dann, weil er sich angegriffen fühlt von der schwierigen Botschaft, ist auch der, der die Botschaft überbringt, wohlmeinend, in bester Absicht, in dem Moment ein Feind und der andere macht zu. Okay? So. Also wie aktualisieren wir, dass wir ein Freund sind? Und der Witz ist, wir müssen signalisieren, dass uns der andere und das, was in ihm ist, und da kommen wir jetzt wieder auf, der andere ist nie leer, wichtig ist. Und deswegen wird von so vielen Gesprächsschulen, die es ja gibt, es gibt ja so verschiedene Theorien und Praktiken zu guten Gesprächen, ganz verschiedene, nicht nur eine, ja, betonen die so stark das Zuhören. Nur deswegen, ja, in dem Moment, und jetzt wird es noch interessanter, es geht nicht nur um das sogenannte aktive Zuhören, es geht ums erkennbare Zuhören. Und das ist nochmal was anderes. Also, erkennbar nämlich für den anderen. Also, in dem Moment, wo der andere merkt, dass wir ihm zuhören, wirklich zuhören, wandern wir von der Feind in die Freundecke. Und das ist wiederum ein psychologischer Mechanismus, gegen den sind wir machtlos. Also es gibt sozusagen, wenn wir das wirklich tun, und das ist sehr schwierig, das ist ja wieder sehr voraussetzungsreich, dann wandern wir innerlich von der Feind in die Freundecke. Und wenn wir in der Freundecke sind, also wenn jetzt gerade in der Gesprächssituation akut völlig klar ist, dass wir es nicht schlecht meinen mit dem anderen, wenn das so angekommen ist, und wir merken das eben, wie viele betonen, nicht nur ich, ich verlinke auch nochmal jemand, der das auch betont, ein komischer Ami, der das im Ami-Style macht, ist mir neulich begegnet, da geht es irgendwie um moderationsschwieriger Gespräche oder so, oder ich weiß gar nicht mehr, worum es geht, aber ich verlinke es. Weil er sagt im Grunde das Gleiche und viel besser als ich, aber egal, halt im Ami-Style, in so einem typischen Ami-Style. Deswegen wird das Zuhören so stark betont, weil das eben diese Wirkung haben kann, unter bestimmten Bedingungen. Also wir wandern so, und Zuhören muss in dem Fall kein strategisches singen. Also nicht, ich höre dir jetzt erstmal ganz doll zu, damit du nach Ami zuhörst. So funktioniert das nicht, sondern der andere muss merken, dass das, was er sagt und sie sagt, mit uns etwas macht. Das heißt, wir müssen uns berührbar und verletzlich machen. Und das sind wir häufig zum Beispiel, wenn wir jetzt selber was loswerden wollen, eine ganz wichtige Botschaft, sind wir das nicht. Wir sind ja selber übervoll. Wir quellen förmlich über und der andere sieht das und nimmt das wahr. Und er nimmt wahr, dass wir gerade überhaupt nicht auf Empfang sind, dass wir überhaupt nicht berührbar sind, dass wir überhaupt nicht verletzlich sind. Und dann sind wir auch kein Freund. Und dann wird er von uns gar nichts annehmen. Das ist das, was uns in der Regel passiert. Warum, noch ein kleiner Schlenker, warum entgeht uns das so? Neben dem, dass Menschen das kaschieren, dass das die ganze Zeit passiert, weil sie nicht die ganze Zeit Stress miteinander haben wollen. Also man geht einfach drüber weg im Alltag, dass wir uns gerade eigentlich nicht verstehen und dass die Bedingungen für Zuhören und gute Gespräche gerade gar nicht erfüllt sind. Neben dem, ist es auch so, dass wir uns in wahnsinnig vielen Kontexten bewegen, wo Zuhören erzwungen wird. Ein Kontext zum Beispiel ist Schule. Also ich wieder gnadenlos verkürze und spitze zu. In der Schule werden wir bedroht mit schlechten Noten und dann schlechten Zukunftsaussichten. Damit werden wir die ganze Zeit bedroht. Das haben wir so geregelt. Warum, ist mir rätselhaft. Es gibt auch viele Fans von Noten und sagen, das ist irgendwie gut. Das hat aber oft was mit den wenig interessanten Inhalten in der Schule zu tun, dass man das dann erzwingen muss. Wäre Schule interessant, bräuchten wir keine Noten. Leute würden von alleine lernen, weil es interessant ist. Weil es aber nicht interessant ist, hat man also Noten genommen, um Menschen zum Lernen zu zwingen. Und dann wird Zuhören erzwungen. Also man zwingt Leute, sich Dinge anzuhören, die sie gar nicht hören wollen. Ich kann nur selbst berichten, wie erleichtert ich war. Ich bin aus einer anderen Generation, als das dann so mit dem höheren Schulalter weniger wurde. Also schon, was weiß ich, damals Kollegstufe. Dann konnte man sich schon Fächer wählen, relativ noch frei. Ich glaube, freier als heute. Auch die Uni war freier. Das war vor Bologna, wo ich studiert habe. Da wurde nicht mehr viel gezwungen. Man konnte wirklich nach seinen Interessen lernen. Und das war wunderbar. Also man ist dann einfach, wenn was einen nicht interessiert hat, ist man nicht hingegangen. Das wurde immer mehr. Das ist heute nicht mehr so. Mir ist das bewusst. Aber es ist ein schmerzhafter Verlust. Ich entschuldige mich bei der nachfolgenden Generation. Wir haben dagegen gekämpft, kann ich nur sagen. Und wir haben verloren. Also ich habe dagegen gekämpft, dass Bologna kommt. Es hat aber niemanden interessiert, was ich wollte und was ich als gut empfinde. Es kam einfach trotzdem, weil PISA und Vergleichbar und Konkurrenz der Länder. Und deswegen brauchen wir diesen Scheiß. Also Verschulung der Universitäten. Ja, so. Ich habe in einem Vorverschultung, Verschultheitsstadium studiert, wo man, zumindest in den Fächern, die ich studiert habe, sehr, sehr frei war, was die Inhalte ist. Man ist dorthin gegangen, was einen interessiert hat und was einen nicht interessiert hat. Also man hat sozusagen, wie das so schön heißt, in manchen Kontexten mit den Füßen abgestimmt. Ja, wenn jemand gut war, da waren da viele Leute. Wenn jemand scheiße war, da war da niemand. So. Ähm. So. Arg verkürzt. Was ich sagen will ist, weil wir so viel erzwingen, Zuhören erzwingen, ist unsere Gesprächskultur so schlecht, weil wir uns daran teilweise schon gewöhnt haben. Ja, also in wahnsinnig vielen Kontexten wird Zuhören erzwungen. Und dadurch geht eben auch die Kultur des guten Gesprächs eigentlich verloren. Ja, wenn du lauter Menschen hast, die also an schlechte Gespräche oder schlechte Kommunikationskontexte bereits gewöhnt sind, dann wissen Leute teilweise gar nicht mehr, was ein gutes Gespräch ist. Entschuldigung, ich bin sehr übergriffig in diesem Video. Es tut mir echt sehr leid, aber so erlebe ich das, so empfinde ich das. Und. Also. Lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht lege ich nochmal offen, woher habe ich es. Das eine ist wirklich, so blöd das klingt, Lebenserfahrung. Ich hatte ganz viele damit zu tun, mit Menschen gegenüber zu sitzen, denen ich echt schwierige Sachen sagen musste. Und dann musste ich lernen, wie mache ich das? Und ich kann nur sagen, ich bin dafür weder besonders begabt, noch konnte ich das von Anfang an. Ich musste es einfach lernen, weil ich in einem Kontext war, wo ich das lernen musste. Ich habe mich also praktisch durch die Situation, in die ich mich beruflich begeben habe, selber dazu gezwungen, das lernen zu müssen. Weil sonst hätte ich ständig Scheiß-Situationen mit anderen Menschen gehabt. Und da bin ich sehr sensibel, vielleicht auch hypersensibel. Das heißt, Scheiß-Situationen mit anderen Menschen, ich leide darunter, mir geht es nicht gut. Ich nehme das wahr, dem anderen geht es schlecht, mir geht es schlecht. Und das ist dann irgendwie total kacke. Also hatte ich eine riesen Lernkurve, weil ich das nicht aushalten kann. Ja, so schlechte Kommunikationssituationen, noch heute, die reiben meine Seele sofort wund. Da geht es mir unmittelbar schlecht. Und ich kann fast nichts dagegen machen. Ja, so, ich brauche das. Ich brauche, also ich selber brauche gute Gespräche. Also, und weil ich dafür nicht sonderlich begabt war, musste ich es halt lernen. Das ist so das eine. In der Theorie hat mir unter anderem, aber das ist nur eine von vielen Quellen, der gute alte Thomas Gordon sehr geholfen. Das ist so ein Buch, auf das ich immer wieder verweise. Gute Beziehungen heißt, das ist so dieses Alterswerk von Thomas Gordon. Nochmal die Summe seiner Weisheit oder seiner Lebenserfahrung, wenn man das so will. Dieses komische Buch habe ich in aller Länge und Breite in einem eigenen YouTube-Reihe besprochen, mal vor, weiß ich, schon wieder eine Weile her. Wahrscheinlich zu ausführlich und mit zu vielen Abschweifungen, aber ich verlinke das. Also ich habe fast das ganze Buch einmal gelesen und kommentiert, das ganze fucking Buch, Entschuldigung, vom alten Thomas Gordon. Das wäre so eine Quelle. Also wenn man das da ist, kommt auch das aktive Zuhören, wird dort nochmal erklärt. Ich finde so gut wie fast nirgendwo sonst. Und der Thomas Gordon bringt es echt gut auf den Punkt, also sozusagen worum geht es. Und ich finde, zumindest wenn man schon offen ist, da kommen wir wieder auf die, bin ich überhaupt auf Empfang. Wenn man bereits offen und interessiert ist an guten Gesprächen und guten Beziehungen, dann ist Thomas Gordon, finde ich, ein guter Einstieg, sich weitere Gedanken zu machen. Also etwas, was man, was wirklich, zumindest ich habe es so erlebt, hochgradig hilfreich sein kann unter Umständen. Wahrscheinlich nicht für jeden. Und manche haben vielleicht schon fortgeschrittenes Vorwissen und dann lachen die darüber und sagen, es gibt viel Besseres. Oder das kenne ich alles schon, kann alles gut sein, mir hat es geholfen. So, also das sind so ein paar Quellen. Also faktisch sehr viel Gesprächsfahrung mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen, denen ich schwierige Sachen sagen musste über sie selber und über ihr Leben und über Lebensaussichten und Enttäuschungen und Frustrationen, ja, und Korrektur des eigenen Selbstbildes, was wir Menschen höchst ungern haben. Also das klassische Feedback, du musst jemandem anderen sagen, dass er nicht so ist, wie er selber gern wäre oder wie er selber denkt, dass er ist. Und dann sagst du, wie sage ich das dem anderen, damit er mir nicht ins Gesicht springt oder mich nicht verprügelt oder dass er überhaupt noch sich mit mir weiter unterhalten will oder dass wir uns noch in die Augen schauen können. Diese Situation hatte ich halt wahnsinnig viel, dass ich Leuten schwierige Sachen sagen musste und mir dann überlegen musste, wie mache ich das denn. So, daher kommt's, wenn man das verstehen will, woher das kommt. So, und ich kann nur sagen, dazu brauche es nach meiner Erfahrung tatsächlich das intime Zweiergespräch. Das ist auch eine Situation, in der, ich bin kein Therapeut, aber in der auch, ich mir vorstelle, Therapeuten häufig sind. Und da ist die berühmte therapeutische Beziehung, von der redet man nicht von ungefähr. Und es gibt so Studien, ich weiß nicht, ob die heute noch gültig sind vor einiger Zeit, also als ich mich damals informiert habe, das ist schon wieder eine Reihe um, ich weiß nicht, was man heute sagt, aber damals hat man gesagt, wo man dann auch die Effizienz verschiedener Therapieformen evaluiert hat, ja, also geprüft hat, was ist denn wirksam und da gibt's natürlich mittlerweile viel differenziertere Daten, unter welchen Bedingungen, mit welchen Störungsbildern, welche Therapie und so weiter. Aber meines Wissens hat man gefunden, dass zentral ist die therapeutische Beziehung und zwar unabhängig von der Methode, die gewählt wird. Also das heißt, es gibt ja sehr unterschiedliche therapeutische Methoden. Wenn aber die therapeutische Beziehung stimmt, ist die Chance, dass die Therapie einen positiven Effekt hat, relativ hoch, ist die therapeutische Beziehung eigentlich nicht intakt oder nicht vorhanden. Das heißt, man fühlt sich vom Therapeuten null verstanden. Das ist auch nicht die einzige Vorbedingung, also pures Verstandensein. Es gibt auch so Wohlfühltherapien, die sind auch ganz toll, aber jetzt gerade für die, da kommen halt die schwierigen Botschaften dann eher nicht vor. So, es ist eine Mischung. Also es ist so eine Mischung, es ist fordernd, aber es ist fordernd auf der Grundlage einer guten Beziehung. Und wenn man sich das also etwas platter vorstellen will, ist es das, was man sich nur von einem sehr, sehr guten Freund sagen lässt. Also von einem Menschen, von dem man sich absolut sicher ist, dass er ein Freund ist, und dass er es gut mit einem meint. Und das Interessante ist eben, das lässt sich herstellen. Dieses Gefühl lässt sich zuverlässig herstellen zwischen uns. Und zwar auch, wenn wir vorher nicht befreundet waren und wenn wir vorher Fremde füreinander waren. Das wird unterschätzt, wie herstellbar diese Sache ist unter bestimmten Bedingungen. Also es darf natürlich nicht sein, dass man selber total gestresst ist. Man darf nicht, wie ich das hier zum Beispiel bin, missionarisch unterwegs sein. Das funktioniert alles nicht, sondern man muss tatsächlich offen sein. Und offen heißt halt auch berührbar durch den anderen. Der andere muss wahrnehmen, dass das, was er sagt und wie er sich verhält, auf einen einen Effekt hat. Dass man sich also auch vom anderen beeinflussen lässt. Und das heißt, wenn wir Einfluss haben wollen, müssen wir uns auch selber beeinflussen lassen vom anderen. Es funktioniert nur in Reziprozität, in Wechselseitigkeit. Und genau dazu sind wir oft nicht bereit, wenn wir eine Botschaft haben, wenn wir eine Mission haben, wenn wir Leute aufklären wollen, wenn wir was vermitteln wollen. Dann sind wir nicht offen, weil wir sind ja übervoll und fließen über. Und genau deswegen funktioniert es nicht. Das ist eben der Unterschied zwischen Missionieren, Predigen und Vorträge halten und einem Gespräch. In einem Gespräch berühren wir uns gegenseitig und deswegen funktioniert es. Es ist auch, wenn es ein komisches Bild ist, ein bisschen wie guter Sex. Aber halt platonisch. Und auf eine komische Weise unkörperlich. Wobei es auch sehr körperlich sein geht. Also es gibt zum Beispiel auch therapeutische Schulen, nur dass ich das der Vollständigkeit halber erhebten habe. Die arbeiten aktiv sehr viel mit Berührungen. Und das tun sie aus guten Gründen. Weil Berührungen sind nicht, man will nicht von jedem Menschen immer berührt werden. Das ist mir klar. Und es gibt übergriffige Berührungen. Und es gibt auch Formen von Machtmissbrauch und Sexualisierung, die da nichts verloren haben. Aber es gibt auch die völlig unschuldige, wohltuende Berührung, die klar macht, ich meine es gut mit dir. Und das ist wieder sehr voraussetzungsreich und es ist nicht bei jedem Menschen gleich. Aber ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber. Es gibt Menschen, die berühren aus guten Gründen recht viel, weil es sehr viel auslösen kann. Menschen sind sehr haptische Wesen. Wir sind auf Berührung hin ausgelegt. Deswegen haben wir diese weiche, empfindsame Haut und keinen Ketin-Panzer. Auch wenn viele sich einen künstlichen Körperpanzer zugelegt haben oder verschiedene, auch psychische Panzer zugelegt haben, um nicht berührt zu werden. Aber in dem Moment, wo wir mit diesen ganzen Panzern und runtergelassenen Visieren unterwegs sind, passiert halt sehr wenig zwischen uns. Nur wenn wir also uns dazu kriegen, die Visiere hochzuklappen und die Rüstungen abzulegen, kann was zwischen uns passieren. Nur dann ereignen sich gute Gespräche. Und wann machen wir das Visier auf und legen die Rüstung ab? Naja, wenn wir uns sicher fühlen. Da sind wir wieder bei der berühmten Psychological Safety. Und was wir häufig nicht wahrnehmen, weil wir es ja gut meinen, ist, wie bedrohlich wir sind für den anderen. Wie sehr der andere eigentlich um Autonomie kämpft. Also nicht von uns einfach geschluckt zu werden. Ja, nach der Devise, ich pflanze dir jetzt meine komischen Gedanken ein. Ja, in so einem Übergriff. Dann kann der andere nichts anderes tun, als sich dagegen zu wehren, um seine eigene Autonomie uns gegenüber zu wahren. Und also nicht als dieser Übergriffige wahrgenommen zu werden, der jetzt einen praktisch schluckt, dass man sich nicht gegen uns wehren muss. Das lösen wir aus, indem wir letztlich klar machen, dass wir uns vom anderen genauso berühren lassen. Und das in nicht strategischer Absicht, sondern in einem wirklich offenen Prozess. Und das auch zeigen. Und da sind wir jetzt beim erkennbaren Zuhören. Ja, das nochmal, ich würde sagen, nochmal mehr ist als das aktive Zuhören. Ich glaube, Leute, die also sehr tief drin sind im aktiven Zuhören oder große Fans sind vom aktiven Zuhören, würden sagen, ja, das ist ja das erkennbare Zuhören. Ich würde einfach sagen, erkennbares Zuhören ist das, wo wir uns sicher sind, dass der andere mitbekommt, dass wir ihm zuhören. Das ist alles andere als selbstverständlich. Es kann sein, dass wir schon super gut zuhören, ja, dass wir es richtig gut machen. Wir sind wirklich offen und der andere kriegt es gar nicht mit, weil er so zum Beispiel gerade in seinem Film ist, weil er so gestresst ist und weil er es auch gar nicht gewohnt ist, dass ihm gut zugehört wird, dass er jetzt, obwohl wir uns ja alle Mühe geben, es auch nicht mitkriegt. Ja, also wir sind also, machen alles richtig und trotzdem funktioniert das nicht. Das ist im Alltag auch sehr häufig. Und dann hören wir oft auf damit, weil es ist hoch frustrierend. Wir geben uns ja Mühe, es funktioniert nicht, dann hören wir damit auf, weil es nicht gelingt, ja. Und da ist es trotzdem der Weg zu gehen. Also es ist ein sehr voraussetzungsreicher, ich würde sagen, hoch investiert, ich weiß nicht, wie ich das sage, er braucht sehr starke Vorinvestitionen, ja, also es ist in dem Sinne ein kostspieliges Gut, gute Gespräche, ja. Und setzt voraus, dass wir offen sind, dass wir nicht vollkommen gestresst sind, dass wir eben nicht übervoll sind, sondern vielleicht nur voll, dass der andere noch Raum hat. Und oft bietet es sich an, das ist also praktisch eine Vorleistung, dass wir erstmal uns wirklich dafür interessieren, was mit dem anderen los ist, bevor wir loswerden, was mit uns so los ist. Und da kann man auch fragen, also zumal unter Erwachsenen, wahrscheinlich auch unter Kindern kann man fragen, okay, also kriegst du ja mit, ich habe mir zumindest Mühe gegeben, kann man ja auch so sagen, zuzuhören. Und das wirklich zu verstehen, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich wirklich alles verstanden habe, was du mir gerade gesagt hast, wärst du denn jetzt schon bereit, auch ein bisschen zuzuhören, was ich dir zu sagen habe? Und dann kann der andere auch Nein sagen. Das ist immer entscheidend, dass er sagen kann, nö, und wir eben nicht böse sind. Das ist der Unterschied zwischen einer Forderung und einer Bitte, wer das immer noch nicht weiß. Also der Unterschied, häufig tarnen wir nämlich Forderungen als Bitten. Ja, wir sagen offiziell Bitte oder Fragen oder so, aber eigentlich ist es eine Forderung. Woran macht sich fest, ob es eine Forderung ist? Dann macht der andere zu, wenn es eine Forderung ist. Das ist, wenn er nicht Nein sagen kann, ohne dass was Schlimmes passiert. Also zum Beispiel, wir werden passiv-aggressiv oder so. Also der andere sagt Nein. Kann ich jetzt dir schon was sagen? Bist du schon offen? Bist du schon offen? Und dann sagt der andere Nein und dann passiert was bei uns. Und in dem Moment kriegt der andere mit, das war gar keine Bitte und gar keine Frage. Es war eine Forderung. Ja, weil jetzt sozusagen, wir waren nicht offen. Ja, wir haben so getan. Wir haben gespielt, als wären wir offen gewesen, aber wir waren nicht offen. Und das heißt, unsere eigene Offenheit und Verletzlichkeit und Berührbarkeit ist eigentlich unsere Superpower. Und ganz häufig haben wir die im Alltag eben nicht mehr. Also für mich kann ich das 100 Prozent unterschreiben. Wer mich zum Beispiel momentan, in meinem momentan gerade auch beruflichen Alltag erlebt, erlebt einen nicht offenen Menschen, der hochgradig stressausbreitend ist und alles andere tut, als das, was ich jetzt in diesem Video erzähle. Liebe Grüße an die Kollegen. So, also ich will sagen, das, was ich hier erzähle, ist nach meiner Überzeugung absolut trotzdem richtig. Ich will nur sagen, im Alltag kriege ich es auch häufig nicht auf die Straße. In anderen Kontexten ganz leicht. Ich hatte jetzt zum Beispiel heute Nachmittag einen Kontext, da war es wahnsinnig leicht gut zuzuhören. Um meine ganzen eigenen Gedanken und Pläne und Vorstellungen in einer Weise zu präsentieren, die den anderen nicht bedrängt, die dem anderen Optionen lässt, die dem anderen auch immer ein Nein ermöglicht. Und man auch danach fragt, du bitte korrigiere mich, wenn irgendwas daran für dich nicht stimmig ist oder bitte widersprich mir. Ja, das ist einfach, muss man vielen Leuten gar nicht sagen, aber indem man es sagt, sagt man eigentlich was anderes. Man sagt nämlich, ich bin ja nicht böse, wenn du es tust. Indem man dem anderen aufhaut, sagt, bitte widersprich mir. Und wenn das dann halt auch wirklich so ist, weil man könnte es natürlich auch nur vortäuschen und sagen, ja, bitte widersprich mir, aber wenn der andere widerspricht, dann ist man halt doch sauer und angefressen. Genau das ist aber der Unterschied, ja, ob man dann halt immer noch cool ist oder ausgeglichen ist oder weiterhin offen ist, obwohl der andere eben schwierig ist. Und so wird man halt häufig auch in Gesprächen getestet von anderen Menschen. Die anderen Menschen hauen einem manchmal so Probegesprächsfetzen und Probekommunikation und Probeinformationen um die Ohren und dann schauen sie sich an, wie man damit umgeht. Und je nachdem, wie wir darauf reagieren, machen sie auf oder nicht. Das habe ich in so, ja, was kann ich sagen soll, Beratungskontexten ganz viel erlebt. Dass man erstmal getestet und geprüft wird, sich die Leute dann überlegen, kann man sich diesen Menschen öffnen. Und auch, das sage ich auch nur der Vollständigkeit halber, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu viel hier, aber gehört hier irgendwie noch rein. Ich habe es so erlebt, also ich habe es dann gelernt einigermaßen, so gut ich halt kann, mit meinen persönlichen Grenzen. Da haben andere Menschen andere Grenzen. Ich würde sagen, die meisten Menschen sind eher begabter dafür als ich. Ja, wirklich. Also meine ich ganz ernst, keine Fishing for Compliments ist mein Erleben. So, also ich habe es im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten gelernt, das gut zu machen, so gut ich halt kann. Und war erstaunt, wie weit ich da mitgekommen bin. Das heißt, es haben sich Menschen geöffnet, wo ich es nicht erwartet habe, auch in einer Geschwindigkeit, wo ich das nicht erwartet habe. Bis hin zu eben regelmäßige Erfahrungen von Menschen erzählen mir Sachen, die sie nicht mal ihren besten Freunden erzählen und nicht mal ihrer Partnerin oder ihrem Partner. Weil man dazu sagen muss, das hat häufig auch wenig dann mit mir persönlich oder meiner komischen Gesprächsmethode zu tun, sondern das hat manchmal auch was schlicht damit zu tun, dass man ein Fremder ist, dem man nie wieder begegnen muss, wenn man nicht will. Da ist es manchmal leichter aufzumachen, weil es eben unbedrohlich ist oder unriskanter ist, einem Fremden was zu erzählen, als einen Menschen, der einem morgen noch im Bad wieder begegnen kann oder sonst wo und wo man damit rechnen muss, dass er einem wieder begegnet. Oder einem Kollegen, mit dem man morgen wieder im Büro sitzt. Da ist es viel riskanter, über heikle Dinge zu reden. Das ist übrigens der Grund, warum viele Beziehungen mit der Zeit absterben. Auch das nur am Rande. Habe ich auch schon in anderen Videos verwurstet, die sind jetzt sehr alt. Aber der Grund, warum viele Beziehungen absterben, ist, dass riskante Kommunikation, also Gespräche über schwierige Themen, am Anfang unriskanter sind, weil man noch weniger zu verlieren hat. Und umso länger man zusammen ist, umso riskanter wird es, weil man ja so viel investiert hat in diese Beziehung schon. Mehrere Jahre des eigenen Lebens. Investitionen, die in der Regel keiner einfach mal eben so abschreiben will. Und dann hören Paare auf, über heikle Themen zu reden. Und indem sie über heikle Themen aufhören zu reden, stirbt die Beziehung. Ja, also blöde Antwort auf die Frage, wie hält man eine Langzeitbeziehung frisch? Ja, man muss immer wieder mutig sein. Und das sagt sich so leicht, ja. Lieben Gruß an meine Partnerin. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal wirklich mutig war in meiner eigenen Beziehung, Langzeitbeziehung. So, also, das war jetzt eine Randbemerkung. Was ich sagen will ist, ich habe dann das gelernt im Rahmen der Möglichkeit, habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen erstaunlich schnell aufmachen, viel schneller, als ich erwartet habe und auch über viel heiklere Themen mit mir bereit waren zu reden, als ich mir selber zugetraut hätte oder als ich von ihnen erwartet habe oder was, ich dachte, dass in der Gesprächssituation möglich ist. Also, meine persönlichen Erwartungen, was so möglich ist an guten Gesprächen, wurden weit übertroffen. Ja. Und es hat aber folgenden interessanten Effekt gehabt. Es gab Menschen, die haben das immer noch nicht gemacht. Also, meine Durch-die-Bank-Erfahrung war, die allermeisten machen auf und reden über hochintime Dinge, über hoch auch schwierige Dinge mit mir, obwohl ich mich selber dafür nur mäßig geeignet halte und trotzdem passiert es hier gerade und ach, hurra, also habe das gefeiert. Und dann gab es zwar natürlich ein paar, die haben das nicht gemacht. Und der Witz ist, da war ich dann tatsächlich angefressen in der Eigenbeobachtung. Wenn ich ehrlich zu mir bin, war ich angefressen, weil ich war enttäuscht. Das war nämlich nicht meine Erfahrung mit den meisten anderen. Dann habe ich mir gedacht, was habe ich jetzt hier falsch gemacht oder wie verschlossen ist der? Und es geht dann ganz schnell in die Richtung, dass man den anderen in so eine Schublade tut und sagt, ja, der ist ja wahnsinnig verstockt, denn die meisten machen ja auf oder da muss ja wahnsinnig viel schiefgegangen sein, das muss ja so. Kann alles sein, aber möglicherweise ist es nur ein Entlastungsfilm von einem selber. Ja, also man entlastet sich halt durch solche Gedanken, indem man halt über andere Menschen, die gerade für einen schwieriges Verhalten zeigen, solche Dinge denkt. Und damit sind wir halt immer sehr schnell bei der Hand. Dazu haben einige meiner Ausbilder gesagt, sei vorsichtig, was du über andere Menschen denkst, denn das, was du denkst, neigt dazu, Realität zu werden, tatsächlich dadurch, dass du es denkst. Und das mag jetzt so viel magisches Denken und Manifestieren und so Kram gehalten werden, aber in Beziehungen ist das tatsächlich recht weitgehend gültig und zwar deswegen, weil wir aufeinander reagieren. Das ist also nicht irgendwie esoterisch oder magisch, sondern es ist schlicht so, die Gedanken, die wir über andere Menschen haben, formen unser Verhalten. Auf das, unser Verhalten, reagiert aber der andere tatsächlich zuverlässig. Und deswegen hat das, was wir über andere Menschen denken, tatsächlich reale Folgen für das, was in Gesprächen möglich ist. Und so wurde mir beigebracht, tatsächlich Bewertungen und negatives Denken über andere Menschen, soweit ich kann, zu vermeiden, weil dadurch die Gesprächsräume enger werden. Also wer gute Gespräche haben will, muss es möglichst lang vermeiden, dem anderen komische negative Etiketten aufzukleben und Bewertungen aufzukleben. Nach der Wiese, der ist ja so dumm, so verstockt, so verrückt, so irgendwas, ja, lauter negative Attribute. In der Regel schließt sich dadurch der Gesprächsraum, weil diese Gedanken steuern unser Verhalten oder beeinflussen unser Verhalten, auf unser bereits von unseren negativen Gedanken über den anderen beeinflussten Verhalten, reagiert der andere wieder und dann ist es halt so ein Ping-Pong-Spiel, doppelte Kontingenz, wem das was sagt. Also wir, es schaukelt sich halt so hoch, ja, oder verschließt sich, das Tor geht zu. Und also wenn man fragt, was können wir machen, um gute Gespräche zu haben, neben dem, dass wir nicht selber total gestresst sind, neben dem, dass wir es halt nicht in öffentlichen Räumen, wo andere zuhören oder mit der Kamera draufhalten und dem Mikrofon draufhalten tun, neben dem, dass wir es vielleicht nicht machen im missionarischen Modus, sondern vielleicht selber einmal durchatmen und sagen, so bin ich denn eigentlich offen für den anderen, was können wir noch tun? ist, dass die negativen Gedanken, die von ganz alleine kommen bei uns, über den anderen, wenn der andere ein unerwartetes Verhalten zeigt, was für uns selber schwierig ist, dass wir erstmal da auf die Bremse treten und sagen, ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist genau, ich merke aber, wie mein Film gerade losgeht über den anderen und eigentlich möchte ich den anderen gerade erreichen. Das ist halt so, dass die Voraussetzung, unter der alles steht, möchte ich den anderen erreichen, mit für ihn schwierigen Informationen und Nachrichten und Botschaften, dann werde ich es vermeiden, negativ über den anderen zu denken, denn wenn ich es tue, ist die Chance, ihn noch zu erreichen, relativ gering. Also da sind wir Menschen, nach meiner Wahrnehmung, egal wie zu wir sonst sind oder wie abgelenkt wir sonst sind, hochsensibel. Also ich würde sagen, mindestens auf der unbewussten Ebene kriegen Menschen das mit, wie man über sie denkt. Mindestens auf der unbewussten Ebene. Manche auch auf der bewussten Ebene oder wir, wir manchmal auch auf der bewussten Ebene, aber mindestens unbewusst ist es total im Raum. Wenn du negativ über Menschen denkst, du musst kein Wort sagen, auf irgendeiner Ebene weiß das der andere, weil es sich körpersprachlich ausdrückt. Ja, bei uns selber. Und darauf sind Menschen hochsensibel und die machen dann zu. Also wenn man sich fragt, warum machen Menschen zu, dann in ganz vielen Fällen hat es tatsächlich was mit uns zu tun. Nicht immer. Es gibt natürlich auch Leute, die sind in akutem Stress, dann hat es nichts mit uns zu tun. Oder haben einen scheiß Tag gehabt, dann hat es nichts mit uns zu tun. Oder sind von irgendwelchen tatsächlichen Traumata betroffen, dann hat es nichts mit uns zu tun. Außer wir haben halt diese Traumata ausgelöst. Aber das gibt es schon, dass es mit uns nichts zu tun hat. Aber in erstaunlich vielen Fällen hat es was mit uns zu tun. Und das ist eigentlich eine frohe Botschaft, weil es heißt, wenn es was mit uns zu tun hat, können wir es beeinflussen. Zumindest mit beeinflussen. Und wie gesagt, es ist hochvoraussetzungsreich. Wir dürfen selber nicht total in akutem Stress sein. Es muss eine wirkliche Gesprächssituation sein. In einem geschützten Raum letztlich, wo nicht andere zuhören. Man muss sehr, sehr viel beachten. Also hart gesagt, gute Gespräche heute sind halt einfach sehr voraussetzungsreich. Und deswegen sind sie auch so selten. Und um es ganz gemein zu sagen, auch heute noch, obwohl das nicht mehr meine Hauptprofession ist, sondern von mir halt noch nebenher betrieben wird, zahlen wir Menschen viel Geld für gute Gespräche. Tatsächlich ist das so faktisch. Ich bin selber immer wieder überrascht. Aber eigentlich, was ich zur Verfügung stelle, ist einfach nur einen guten Gesprächsraum. Und dafür zahlen mir Leute, die nicht wenig Geld haben, viel Geld. Einfach nur, damit sie ein gutes Gespräch haben. Und dann sieht man mal, wie schwierig das ist. Weil wären gute Gespräche nicht selten und schwer herzustellbar, würden Menschen dafür kein Geld zahlen. So, also ich bin ein Profiteur unserer unguten Situation, unserer gemeinsamen unguten gesellschaftlichen Situation, in der gute Gespräche leider selten sind. Nur deswegen kann man daraus ein Business machen. So, habe ich irgendwas für dieses Thema Wichtige vergessen zu erwähnen? Ich weiß nicht, wem dieses Video helfen soll, ganz offen gesprochen. Außer eben im Sinne einer Ernüchterung vielleicht oder einer Enttäuschungsvermeidung. Also, wenn ich es runterbreche, auf eine nochmal andere Botschaft, neben Menschen sind so gut wie nie leer, könnte ich sagen, wenn ihr wenig gute Gespräche habt, aus meiner Sicht ist es nicht eure Schuld. Es ist nicht euer persönliches Thema. Ja. Es ist einfach schwer. Es ist einfach voraussetzungsreich. Es gibt einfach Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und ganz häufig in unserem Alltag sind sie einfach nicht erfüllt. Das hat was dann doch irgendwie mit uns zu tun. Aber dafür sind wir auch nicht 100 Prozent, zumindest nicht aus meiner Sicht, selber verantwortlich, was mit uns alles los ist, weil die Welt so wie sie ist und die Gesellschaft so wie sie ist halt einfach viel auch mit uns macht und vieles davon wollen wir nicht und es passiert trotzdem und dann ist es ein Teil von uns. Und das sind dann halt auch wir, ohne dass wir uns das ausgesucht haben. Das spielt eine Rolle. Und dann halt unser Alltag, der voller To-dos ist und voller Merkwürdigkeiten und voller komischer Institutionen, komischer Prozesse, die sich halt nicht gerade günstig darauf auswirken, wie viele gute Gespräche wir haben. Also letztlich ist eigentlich, also wenn ich es nochmal anders sagen, Psychological Safety ist, psychologische Sicherheit ist absolut die Basis, dass wir uns sicher miteinander fühlen, dass wir uns nicht bedroht voneinander fühlen, wechselseitig, damit wir aufmachen können, wie gesagt, dass wir das Visier hochklappen können und die Rüstung ablegen können. Aber diese Psychological Safety ist sehr viel schwerer herstellbar in unserer heutigen Welt, nicht an sich. An sich ist es ganz leicht. In unserer heutigen Welt, als wir oft annehmen. Das heißt, in der Regel, mit den Vorerfahrungen, die wir schon gemacht haben, sind wir vorsichtig und legen die Rüstung nicht ab und klappen das Visier nicht auf. Und dann sind gute, wirklich gute Gespräche, in denen wir auch schwierige Informationen vermitteln können, so gut wie unmöglich. Und das ignorieren wir durch die Bank, weil, also sozusagen, wenn wir das anerkennen, dass es so ist, dann haben wir so viele Folgeprobleme, die wir nicht haben wollen, dass wir lieber die Augen davor verschließen, dass es so ist. Also das muss man sich nochmal klar machen. Wenn das stimmt, was ich hier erzähle, bedeutet das, dass wir ganz viel Aufklärungsarbeit, zum Beispiel im Internet, vergessen können, dass die nichts bringt. Das ist die direkte Folge dessen, was ich sage. Das ist für viele, die viel zu sagen haben und wichtige Dinge zu erzählt haben, ein echter Klopper. Die müssten dann eigentlich aufhören. Ja, weil es nicht, weil sie praktisch einsehen, dass ihre Absicht vielleicht gut ist, aber dass sie nicht die Effekte damit erzielen, die sie erzielen wollen. Das hinterlässt uns in einem Zustand der Hilflosigkeit. Und wer will sich in einen Zustand der Hilflosigkeit bringen lassen, zunächst? Ja, wo man, dann denkt er sehr, und dann, und jetzt, was mache ich jetzt? Wenn es stimmt, dass ich die Leute ja gar nicht erreichen kann, was mache ich denn dann? So, das ist ja nicht angenehm. Das erzeugt Ohnmacht und Ohnmacht mögen die allerwenigsten Menschen. Zumindest nicht als Dauerzustand. So, also letztlich sind wir in einer Situation fortgesetzt, tatsächlich aus meiner Sicht zumindest, Hilflosigkeit und Ohnmacht, was wahnsinnig schwer aushaltbar ist für uns Menschen. Und dann machen wir uns lieber Illusionen, weil das andere zu schwer aushaltbar ist. So sehe ich es zumindest. Und dann kann man die Rückfrage an mich stellen, ja, wie hältst du es dann aus, wenn du das so siehst? Du siehst es ja offensichtlich so. Ich würde sagen, schlecht. In der meiste Zeit geht es mir tatsächlich selber persönlich nicht sonderlich gut. Ja, so. Ich bin kein Role Model, wo man sagen kann, da kann ich es lernen, trotzdem gut drauf zu sein. Nö. Also die meisten Leute, die mich kennen, würden mich als mindestens latent depressiv beschreiben und als meiste Zeit schlecht gelaunt. Auch wenn das hier in diesem Video null rüberkommt. Aber es ist so. Trust me. So. Ja. Es ist, wie es ist. Ganz viele Dinge können wir nicht ändern. Gute Gespräche sind im Prinzip möglich, sogar im Grunde leicht, aber nicht in den Strukturen, in denen wir uns bewegen. Die sind nicht geschaffen dafür, dass wir uns sicher fühlen miteinander. Aber wir gehen übereinander weg. Wir haben keine Zeit. Wir haben wenig Zeit, einander sicherzustellen, dass wir einander nicht bedrohen oder die Informationen, die wir von einander halten, nicht missbrauchen und für andere Zwecke nutzen. Und so halten wir uns alle bedeckt, erzählen oft auch nicht, was uns wirklich bewegt oder zumindest nicht so, dass der andere damit was anfangen kann und dass ich eben daraus ein gutes Gespräch ergeben würde. Und ja, ein starker Mitgrund, warum sich viele Beziehungen so, sag ich mal, nur so halbgut anfühlen. Und dann natürlich, möchte ich auch nicht verschweigen, gibt es Leute, die also sehr viel miteinander teilen, die wahnsinnig offen miteinander sind und durch dick und dünn gehen und das Gute und das Schlechte teilen. Diese Menschen gibt es auch. Und wie ich wahrnehme, zumindest von außen, sind diese Menschen sehr glücklich miteinander und sagen übereinander, richtig guter Freund, richtig gute Freundin. Weil sie offen sein können. Weil sie sich nicht in Acht nehmen müssen. Und in der Regel müssen wir genau dieser guter Freund, diese gute Freundin sein für den anderen, im Gespräch, in der Gesprächssituation, damit wir ihm für sie oder für ihn schwierige Dinge sagen dürfen und damit es nicht schief geht. Und da sieht man mal, wie voraussetzungsreich das ist. Sei ein guter Freund im Gespräch, aus dem Stand, mit einem möglicherweise völlig wildfremden Menschen, der übervoll ist vielleicht selber mit irgendwas, was einem selber tierisch auf den Keks geht und für was man selber gerade überhaupt keinen Nerv hat und überhaupt nicht offen ist. Aber wenn du den anderen erreichen willst, musst du dieser gute Freund sein. So, besser wird es nicht, besser kriege ich es zumindest nicht hin, das zu vermitteln und zu sagen oder zumindest heute Abend nicht. Ceterum censio, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Demokratie, die Politi gelost werden muss.